Gemütlich und rustikal im Stil der Zeit, das Restauranthotel zur Post in Siegen-Eiserfeld mit seinem Chef Lefti Harfitonidis aus Griechenland bietet den Gästen stilvolles Ambiente in rustikalen Touch. Mit fünf großen Zimmern ausgestattet fühlen sich die Besucher in dem 150 Jahre alten Fachwerkhaus wie zu Hause. Viele Jahre war der Gasthof eine Poststation. Seit 13 Jahren kocht und bewirtet ihr griechischer Chef die Gäste. Gutbürgerliche und mediterrane Küche ist angesagter denn je. Hotel zur Post im Zentrum von Siegen-Eiserfeld. Ein Muss für jeden Siegerlandbesucher.